wird schon schief gehen oder ich wusste es da kommen wir her dann warte ich kurz hier beziehungsweise ich gehe nach oben und komme dann noch mal von der treppe weil ich denke das ist dann doch einfacher nein ach du scheiße verdammt ach wo kamen die denn her da waren wir gar nicht glaube ich wisst ihr was wie warum schießen die denn eindringen vorbereiten so dann schießt man auf die jungs glaube wir machen das aber diesmal komplett über die obere etage türladung okay die drei sind erstmal erledigt und 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 Okay, der war mal. Okay, dann würde ich sagen, ihr Jungs, geht mal da durch. Das war ja jetzt ganz schön schwierig. Ich bin nur hammer gespannt, wo die Jungs dann rauskommen. Äh? Ich denke, sie sind da gleich in der Nähe. Die sind doch auf dem Weg zur Tür. Wie kann das so lange dauern? Hallo? Hallo? Einmal durch da. So, jetzt bin ich nämlich mal gespannt. Ach, cool. Schaltet ihn zuerst aus. Schaltet ihn zuerst aus. Kümmer dich um ihn. Viele erfassen erste Priorität. Eigentlich heißt der gar nicht Jungen. Der heißt Jun. Jun ist eigentlich der Name. Jun Park. Koreaner. Aber das wollen wir denen ja mal gar nicht sagen hier. Wir wollen ja kein Klugscheißer sein oder sowas. So. Ähm. Uah. Ödödö. Nee. Mensch, da seid ihr nicht vorbeigekommen, Jungs? So, das sollte reichen. Äh. Ich will da rein. Verdammt! Also. Jetzt weiß ich, dass wir auch oben lang gehen können. Also müssen wir mal schauen. Wir gehen hier rein. Das Team setzen wir mal da hin. Granate und Räumen. Granate und Räumen. Ja, wohl darf man. Er hat erste Priorität. Er hat zweite Priorität. Geht auf! Eindringen vorbereiten. Los! Rücken ab. Möchte mal einmal ganz kurz da durchgucken. Okay. So, gut. Dann schicke ich nämlich die Jungs hier wieder durch. Ihr geht an diese Tür und ich gehe an diese Tür. Bin ich ja mal gespannt. Türladung. Bringe Türladung an. Ausgeschaltet. Sauber. Ziel erfassen. Erste Priorität. Türladung! Er hat erste Priorität. Okay. Granate dahin. Los, die Polizei war weg. Okay. Der ist tot. Okay. Also, das wird dann doch ein bisschen schwieriger. Aber auf diese Art und Weise habe ich es noch nie gemacht. Oh, wie geht denn sowas? So, das sollte reichen. Im Eilschritt. Kommission. In Position. So, ich gehe da mal unten lang. Wow. Das wäre fast ein Satz mit X geworden. So, und ich gehe dann mal hier nämlich die Treppe lang. Deswegen wurde uns auch gesagt, wir sollen über zwei Ebenen gehen. Ach so. So, der war mal. Ich hoffe, das war es jetzt hier auch schon wieder. Okay. Nicht, dass wir dann doch noch böse Überraschungen erleben. Schön hinter diese Kiste, schön brav. Den habe ich, aber es sind wahrscheinlich noch weitere da. Ah, da ist dann auch schon der Nächste. Wo? Wo? Okay. Gegner ruhig gestellt. Das heißt, wir können wahrscheinlich jetzt mal hier durch. Ach, ich erinnere mich. So, hier hätte man nämlich auch lang gekonnt. Ja, da ist auch was, mein Freund. Ihr nehmt die Tür, ich nehme die Tür. Ja, zusammen sollte man das eigentlich ganz easy schaffen. So, schaut genau hin. Tadaaa. 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 Uhhh. Fliege zusammen. Der Verband sollte halten. Geht schon. Geht schon. In Position. Ich komme hier immer nicht durch die Türen durch. Wo sind die Jungs? Ach, schön. Sind die Jungs gleich andersrum gegangen und haben das Ganze dann schon mal gesäubert. Ist ja klasse. Ach, wie geil. Aber nicht, wenn ich die Kameras zerschieße. So. Ach, guck mal. Eine Microsoft-Maus. Ja, geht durch da. Ich habe gewachsen. Ich stelle es durch. Tut das nicht. Ich habe meinen Teil erfüllt. Wir können das nicht zurückhaben. Wir müssen alle Beweise vernichten. Und du bist ein Beweis. Zerstör die ganze Ausrüstung. Komm zum Treffpunkt für die Fertigzeit. Sicher, dass wir wieder nach Hause kommen, Alvarez? Wenn Irena ihr Wort ist. Wir haben Coen. Alvarez ist auch hier. Er hat einen Namen erwähnt. Irena. Vielleicht kannst du mal... Irena Mohan? Sie ist eine Hauptfigur. Logans Team verfolgt im Rettiko. Informiere Six. Coen hat Probleme. Wir rücken vor zur Hauptbühne. Wir müssen leise sein. Wir dürfen Coen nicht gefährden. Ja, und weiter geht's im Convention Center. Sie dürfen nichts merken. Wir schnappen sie, bevor sie uns sehen. Das wird jetzt ziemlich brenzlig, weil hier ist eine Bombe im Convention Center. Und, äh, ich bin dafür. Ihr geht da hin. Ich weiß gar nicht. Ist das da so richtig? Ja, stimmt. Ist ja richtig. Kann man hier auch durch die Wand gucken? War das nicht so? Schaltet ihn zuerst aus. Du bist da. Mehr sind da gar nicht. Ja, so wollte ich das. Genau. Ihr geht da lang. Und ich gehe hier lang. Genau. Wir müssen jetzt nämlich gucken, dass wir hier heile durchkommen. Und tschüss. Bewego. Alles klar. In Position. Los. Schon dabei. In Position. Amen.